Hallo Leute, wir haben eine neue hochauflösende Diazzo Fotoemulsion für euch ins Programm genommen. Speziell für wasserbasierte Siebdruckfarben. Sericop Supreme. Kurz und knapp, was zeichnet diese Emulsion gegenüber anderen Kopierschichten aus? Erstens, sie ist extrem wasserresistent und haltbar gegenüber allen Reinigern für wasserbasierte Siebdruckfarben. Zweitens, sie kann superdetailreiche Linien und allerfeinste Fotoraster abbilden. Drittens, sie ist extrem leicht zu entschichten. Also, wenn ihr zum Beispiel Ergebnisse wie dieses hier erzielen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall unsere Sericop Supreme Diazzo Fotoemulsion auf unserer Webseite auschecken. In diesem Sinne, viel Spaß beim Drucken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017